Hallo liebe Leute, wir sind heute hier auf der Insel Meteora und zwar diese Insel befindet sich oberhalb von Bern, also hier Nordbern da oben befindet sie sich und kommt hier rum, ist der die Points zusetzen, dass ihr die ganzen Flächen umfahren könnt. Diese Mokomosamen, die sie gibt, sind mittlerweile drei Mokomosamen hier, die sind einfach nur leicht zu finden. Ihr müsst bloß hier hinten in der Wiese, bei den ähnlichen Hanfsträuchern und wie das da aussieht, da könnt ihr einen Samen euch rausholen, das ist Samen Nummer 1 und dann haben wir hier ein kleines Geheimnis und zwar hier ist ein Eingang zu einer Höhle, der befindet sich hier und da drinnen in der Höhle findet ihr die letzten zwei Samen. Also nichts Schlimmes, Großartiges, was man wissen muss, das findet man einfach auf dem Weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!